Oh, what the heck? Ach, das ist Team- Oh, Gott. Ja, ich war in Team Survival Games. Gut, Marcel. Hallo und herzlich willkommen zur... ...zwanzigsten Folge, ich muss das gerade nachdenken... ...von Minecraft Survival Games. Wir haben es um... ...fünf Uhr morgens und ich dachte mir einfach mal, dass wir ganz entspannt aufnehmen. Neben mir sitzt der... ...Alexandro. Äh, Alex? Äh, ja, hi. Ich... ...zock gerade nebenbei, bettet sich vier. Bin wenig beschäftigt, aber... Er ist eigentlich nur... Er ist Dauertod, deswegen ist es nicht so schlimm. Habe ich da recht, mein Freund? Ja, das sind so großartig Momente, da bin ich auch nicht danach anwesend. Spaß. Ja... Ähm... Warum nehmen wir mitten in der Nacht um 5 Uhr morgens auf? Weil wir nichts Bösseres zu tun haben. Und... ja. Oh, what the heck? Ach, das ist Teams... Oh, Gott. Ja, ich war in Team Survival Games. Gut, Marcel. So, willkommen zurück. Ich hab mal den Server gewechselt, weil Obgerme... ...einfach nichts los war. Wir sind jetzt auf... ...Hive. Ach ne, du weißt es ja eh nicht, warum frage ich dich? Äh, Hive... ...MC... ...Server. Ja, ja, genau. Das... Halte dein Maul! Und ja... Und ja... Das Einzige, was ich an Hive zu bemängeln hab, sind einfach nur diese ultralangen Wartezeichen. Ja, diese Wartezeichen, das ist... ...Alex, für mich nicht rüber zu kommen. Na, soweit ist es noch lange. Ich hoffe, du hörst noch ein Schade. Ich hab nur so doll gehauen, damit man das Mikrofon hört, das weißt du, ne? Gut. Ich hoffe, man hat auch gehört. Wenn nicht wettfreien. 4 Uhr 56. Wir haben Freitag, den 17. Oktober, meine Damen und Herren. Und auf geht's. Steinschwert, Eisenhelm, Bam. Oh, der hatte einen Diamanten, der Kollege. Oh Gott, ich bin grad so ruhig, weil ich so konzentriert bin und versuche, diesen Typen abzumurrsen. Komm her! Nice... ...so... ...glui... ...nice... ...so... ...glui... ...mister... ...minecrafting... ...und... ...nice... ...eh... ...ogli... ...mogli. Das ist ein Team. Das sind zwei Spasten. Oh nee. Doch. Wir haben beide ultra Respekt vor mir. Und ich hab beide getötet. ...einfach weil ich zu GUT bin für dieses Spiel. So. Die hatten auch nichts Sinnvolles. Der eine hatte alles, der andere hatte gar nichts. Nicht so ganz intelligent, oder? Wege. So... ...hier oben ist da. Ist auch noch ne Kiste. Da war er wahrscheinlich auch nicht dran. Dann haben wir erst das Kettenhelm. Das... ...fläschchen wird benutzt. Hier haben wir ganz viel zu essen. Ähm... ...habe de bübidi 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 bübidi. Du weißt, was ich mein, ne? Hm... Ja... ...schätzungsweise. Gut. Oh, da unten ist einer. Zwei sogar. Okay. Jetzt sollte ich mich vielleicht mal verpissen. Oh, scheiße. Ich komme hier nicht raus. Ahhhh. Die trauen sich nicht. Hier habe ich noch zwei Pilze. Super. Für mich nicht viel. Wo sind jetzt die beiden Schwulis? Nein, 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 nein! Ah, das war's. Okay, nichts Sinnvolles. Lass es hier unter. Oh, schade. Ich glaube, der ist auch noch mal unter. So, es leben nur noch vier, acht, zwölf Menschen. Ja, ich kann rechnen. Rechnen. Heißt du zählen und rechnen? Ja, ich habe dreimal vier gerechnet. Also erst habe ich dreimal vier gezählt. Und das habe ich dann zusammengerechnet. Oh, God. Oh, God. Ich frage mich gerade, wo die beiden Typen hin sind, die mich eben versucht haben zu töten. Oh, da sind nur noch zehn Leute übrig. Nur noch zehn. Sollte ich zum Arzt gehen? Zu schwer. Teilen müssen. Ja, sicher. Man, ich brauche doch nur noch einen mit einem Diamanten. Ich brauche nur noch einen Diamanten und einen Stick. Und dann habe ich die gute, gute, gute alte Diamantschwerpe. Ich glaube, ich stopp. Ey. So, jetzt bin ich. Aber die Stimmen müssen die seiten. Wollen wir mal abschauen. Ich dachte, da kommt jetzt was ganz anderes. Nein. 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 Gut. Dann machen wir das so. Zack. Rote. Meine Mitte. Kommt alle. Kommt alle. Kommt alle. Kommt alle. Kommt alle. Ich dreh langsam echt durch, glaube ich, oder? Oh, die Runde vorbei und wirst du noch Level 63. Nein. Du hast aber, hast du keinen IP-Bus drin? Äh, XP-Bus? Nee, klar. Aber close, ne? Hä? Hast du gerade aufgehört aufzunehmen? Nee, nee. Ja, ich nehme mal um die Stattung. Achso, nee, nee. Ich habe mich nur gefragt, ob du überhaupt aufgenommen. Ja, ich nehme mal auf. Aber jetzt kannst du die Aufnahme gleich wieder löschen. Ja. Ja, also ich mache ja nur, wenn dann so Auflagen für Montages. Ich weiß. So ein gutes Potential. Ja, falls ihr euch für Montages von Battlefield 4 aller Art, oder? Ah, Cinematics, Gameplays. Achso, genau. Alles, was Spaß macht. Ist gerade lieber so ein bisschen im Aufbau, aber mit der Zeit. Mit sehr, sehr, sehr viel Zeit. Findet ihr alles auf Alex' Kanal. Ich werde ihn unten in der Beschreibung verlinken. Wenn ihr Lust habt, einfach mal vorbeischauen. Lasst ihm doch ein Abonnement da. Er und ich würden uns freuen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Das war's mit der Folge Minecraft. Woop. Nein. Aber ihr sollt trotzdem vorbeigucken. Wenn ihr es noch nicht getan habt, macht es jetzt. Sofort. Zu lieb von mir. Ja, ich weiß. So, jetzt sind wir auf dem Bezug. Da. Ein potenzielles Opfer. Sofort. Weißt du was? Oh. Wo ist die Karten so? Nee, auf der, auf der, auf der Bahn, auf der. Zum Bahn. Was auch immer das sein soll. Hä? War, war hier, war hier nicht eben? So. Ne, das ist ein anderer. Dahinter. Da, oben. Da klauelt er grad hoch. Ich guck ihn so an, er guckt mich an und rennt weg. Hier ist der lange Rand, der andere Bruder. Und dann ist er da, jeder über das Krattenhorn, ist er da hochgegangen. Aber... Jetzt kommt nämlich der richtig harte Ficker, Jungs. Und ihr wisst ja, man fickt nicht mit dem Ficker. Ja. Aber von Korra fickt dein Zeugnis. Ja, ja, ich weiß, klar, ja. Der war nicht gut. Das war deiner und er war nicht gut. Und den hat Aichi gebracht. Ja. Nicht... What? Das sieht sehr sicher aus da drin. Das... Das... Sollte ich mal... Das sieht auch sicher aus. Wollt ihr jetzt sagen... Wollt ihr mir wirklich erzählen, die ganzen Spasten sind alles weg, oder was? Die Spasten sind weg. Wow. Hey. Hey, Spasten wird. Ja, Mann. Einer ist so auf hier. Es geht so. Achja, Spastor Battlefield 4. Aber ich glaube, ich bewege mich wieder in die Mitte. Ich finde... Die Typen rennen alle vor mir weg. Was tut das du jetzt mit dem Pussy schmuckeln? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oh nein, jetzt bin ich tot, jetzt bin ich tot, jetzt bin ich tot Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich will nicht sterben Oh nein, nein Ich will nicht sterben, warte, warte, warte Jetzt sind drei Leute in der Mitte, ey Drei Leute Final Deathmatch will start in 30 seconds Gott, ich bin gerade noch weggekommen Schuhe Oh Mann, ich brauch doch nur noch einen Diamanten Ich hab jetzt Checker, hab ich auch noch Das ist doch Ficken, ey, das ist doch nicht Puppkacker Scheiße ist das Der hässliche haut mich, oh nein Du fickst mich mit dem Ficker, mein Freund Vor dem Deathmatch sterbe ich nicht nochmal Oh mein Gott Ach nee Aber Kettenstiefel, oder? Irgendwas brauchbares Ach Gott Nein Ich hab meine Brust gerade weggeworfen Also Meine Brustpanzer Ja Toll, die anderen haben irgendwie so voll viele Sachen Ja, Pfeil und Bogen, genau Er trifft mich auch noch Ja, das war klar, dass ich wieder verrecke Oh Mann Beide gehen wieder auf mich Naja, okay, gut Ähm Das war's, ja, für die Folge Ich glaube, ich hab genug Materie Bildmaterial, ne Ähm Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt Schlechte Unterhaltung Kaffelsalat Und vergesst mich Alex´s Kanal Cinema for life Life for cinema auszuchecken Ich verwechsel das jedes Mal. Tschüss.